Hallo, das ist noch ruhig und willkommen zu einem weiteren Packs und Bundesliga-Orakel auf meinem Kanal. Und natürlich, Orakeln wir auch am Sonntag. Köln gegen Schalke 04. Die Schalker sind wieder in der ersten Bundesliga und dann direkt das Spiel Köln gegen Schalke am ersten Spieltag. Das wird eine brutal geile Partie. Ich werde es mir reinziehen im Rhein-Energie-Stadion. Vier Sticker-Päckchen sind am Start. Zwei stehen für eine Halbzeit und ich weiß, es sind die alten Sticker, deswegen sind die Schalker-Sticker nicht so vertreten. Deswegen zählen, wie auch schon in der Orakel-Konferenz, die Bielefelder-Sticker für Schalke. Die Bielefelder-Sticker zählen für Schalke. Und genau, mein Tipp, 2-1 Köln. Ich sage, die Kölner werden sich am Ende nach den 90 Minuten durchsetzen. Was sagt ihr, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wie auch schon in den anderen Videos erwähnt, ich werde in den nächsten Wochen wieder so ein kleines Konzept entwickeln, wenn es soweit ist. Und was ihr dafür machen müsst, etc. Wenn ich euch dann sage, dass ihr aber dann quasi auch wieder mit den richtigen Tipps oder mit allgemein, mit Kommentaren, dass ihr mittippt. Egal, ob es jetzt richtig oder falsch, dass halt jeder die gleichen Chancen hat, dass ihr auch wieder was gewinnen könnt. Auch ganz entspannt. Köln gegen Schalke, wir gehen rein. 2-1, mein Tipp. So. Und wir starten mit dem FC Bayern München. Und das ist jetzt natürlich bitter. Ralf Fährmann zählt jetzt halt einfach nicht, weil halt die Bielefelder-Sticker zählen. Ja, und das ist auch gut so, dass die Bielefelder-Sticker zählen. Aufsicht, ein Schalke-Fanzen. Dann ist er da mit dem 0-2. Da gehen die Schalker direkt in Führung. Was meint die Schalke? Werden die oben mitspielen, äh, was heißt oben mitspielen können, aber so Top-10. Luis Oxford, Besuchkov, Aranguis, Matze-Ginter, Pavard, Haidara und Johannes Geis. Somit steht es nach 45 Spuren 0-2 für Königsblau. Halbzeit Nummer 2, Bayern, Kimmich Goretzka. Von den Kölnern ist mal absolut gar keine Spur. Das bleibt auch so. Vorerst letztes Pack. Letztes Pack. Sankt Juist, Iago, Philipp, Paderborn, Gladbach, Bochum, Bayern und Union Berlin. Somit steht es 0-2 nach 90 Minuten und die Schalker nehmen sich die ersten drei Punkte mit. In Köln, das ist ein Brett. Ähm, GG. Und das war's mit dem Orakel. Lasst ein Like und lasst ein Abo da. Eure Tipps in die Kommentare und dann bin ich jetzt raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Eure Tipps in die Kommentare und die Schalker nehmen sich 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 Bis zum nächsten Mal.